erst mal so ein kleiner test mal gucken wie die qualität ist qualität 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 mit k oder mit kuh verdammte noch mal alter ich werde einfach auf ganz gespannt einfach solche blogs machen wo ich einfach nur scheiße lau also wenn du bock hast dieses scheiß dir anzuhören dann musst du einfach meine blogs gucken diesen kanal abonnieren glocke aktivieren ich werde einfach ganz spannend sein ich werde ganz gechillt sein ich werde einfach ich sein ich werde einfach euch zeigen wie es bei mir läuft was ich so an meinem tag machen meine trainingseinheiten wie ich mich für die große tik tok influenza turnier vorbereitet wie ich lerne wie ich zocke ich werde euch einfach bei allem mitnehmen es ist einfach spannend sein also in diesem video wird ihr alle erfahren leute und ich werde euch auch zeigen wie ich trainiere und wie ich mich vorbereitet für diese turnier für diese große tik tok ein für unser turnier ich bin einfach motiviert ich bin einfach motiviert ich bin einfach gut drauf ich habe einfach bock bitte unterstützt mich und gern mir einfach jetzt mal ehrlich gibt es echt überall richtigkeit ich glaube auf dieser welt herrscht keine gleichberechtigung keine gleichberechtigung keine einfach weitermachen jetzt erst mal 15 bis 20 minuten fahrrad fahren dann gehe ich duschen dann muss ich einfach meine früchte vorbereiten ich kenne mich auch mit ernährung und gesundheit aus ich bin einfach gut drauf ich kenne mich einfach mit fast mit allem aus außer mit einer sache ich weiß nicht wie man mädchen klärt wie man einen freundin kommt was soll ich sagen ich habe jetzt den bus verpasst nicht verpassen und ich kenne den bus nehmen nicht nehmen weil ich meine keine maske hatte ich hatte einfach keine maske dabei ich weiß nicht wo ich wohne in welcher zeit aber ich habe einfach keine maske dabei verdammt noch mal wie kann man ohne maske rauskommen ich bin endlich mal zu hause alhamdulillah geschafft fast vier uhr war eine schwere geburt heute in klausur geschrien lief ganz gut inshallah werden wir zehn punkte haben also eine zwei leute vielleicht kann man das erkennen ich bin voll nass voller wasser also ich mache ich komme erst mal ich mache mein tiktok auf ich gehe mal auf mein haupt account wo ich 500k habe ich gehe einfach drauf ich sehe auf einmal ich habe späre wieder mal drei tage späre junge ich habe ein video ich zeige euch jetzt das video bruder wie kann ich mich wie kann ich mich selbst mobben wie kann ich mich selbst belästigen tiktok ist einfach müll also der bruder meinte dass ich damals auf meine alte bilder richtig bereit war übergewichtig war ich will das wort nicht aussprechen aber ich muss ehrlich sagen du hast recht einen guck dir das dann aber trotzdem so guckt euch das nur an jungen überleute ich muss erstmal kurz zocken mein team abchecken vielleicht mache ich heute noch 85 plus bundesliga spielerwahl ihr wisst bescheid leute ich werde euch jetzt meinen twitch kanal zeigen bitte einfach einmal folgen leute gönnt mir bald werde ich auch auf twitch stream ich wollte eigentlich schlafen aber ich glaube ich kriege das nicht mehr hin das heißt ich mache gleich noch kraft training ich muss auch zweimal am tag trainieren leute ihr wisst ich muss mich für die turnier einfach vorbereiten das ist einfach zu wild leute das ist einfach zu wild auf jeden fall checkt meine stories ab auf insta ja leute ich esse jetzt meinen vollkornnudeln nach einer heftigen einheit ich lasse mir einfach schmecken gesunde ernährung ist das a und o leute nicht nur trainieren sondern auch gesund ernähren ist ganz wichtig schmeckt auch aber wir haben mittlerweile erst mal 22 uhr ich kann es euch kurz zeigen wir haben erstmal 22 uhr und ich bin einfach so krass müde dass ich einfach jetzt schlafen will ich kann nicht mehr ich bin seit heute morgen fünf uhr wach seit morgen fünf uhr seit fünf uhr morgen wach krass bruder 22 uhr ich glaube ich muss einfach schlafen ich kann nicht mehr gute nacht wir sehen uns in einem anderen video gute nacht mein guten nacht habib kalbis wir sehen uns in dem nächsten video peace wir sehen uns in dem nächsten video